Hallo, herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute werden wir noch mal zwei mal so Zooker Stars aufmachen und schauen mal welche Figuren da drin sind. Hier ist der Paket, hier ist die Anwaltung wieder drin und die erste Figur ist der Schmelzer. Gut, den habe ich auch noch nicht, machen wir mal die zweite Tüte auf. Und dann schauen wir rein, auch wieder die Anleitung und als zweite Figur haben wir Weidenfeller. Den Weidenfeller habe ich schon, das weiß ich. Gut, wenn ihr meine Videos ja kennt, bleibt ihr jetzt dran, weil dann seht ihr die beiden Figuren gleich auf den Drehteller in Nahsicht, also bis gleich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020